Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Mathematik und solche die ihr es noch werden wollt. Unser heutiges Thema sind Umkehrfunktionen. Sind zwei Funktionen f und f Stern Umkehrfunktionen voneinander, dann liegen ihre Skrafen symmetrisch bezüglich der ersten Mediane. So lautet die Definition. Wer es nicht mehr weiß, die erste Mediane ist jene Gerade, die die Punkte 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 0, 0, minus 1, minus 1 und so weiter enthält. Also an dieser Geraden müssen wir die Funktion f spiegeln, das heißt wir legen grafisch im rechten Winkel darauf an und schlagen die Entfernungen zur Funktion in die genau entgegengesetzte Richtung im rechten Winkel darauf ab. Um eine Umkehrfunktion also zu erhalten, müssen wir grafisch die erste Mediane zuerst einzeichnen und dann die Funktion daran spiegeln. Rechnerisch ist es einfacher, wir vertauschen x und y und stellen dann x wieder frei. Nach dieser Definition ist auch die Wurzelfunktion eine Umkehrfunktion der Potenzfunktion. Wir versuchen das jetzt an einem Beispiel und zwar heisst unser Beispiel ermittle die Umkehrfunktion der Funktion f 4x²-3 grafisch und rechnerisch. Ich habe das jetzt am Taschenrechner schon grafisch ermittelt und zwar wir zeichnen die Funktion f ein. Also wenn wir das am Blatt machen, lassen wir uns am Taschenrechner diese Funktion, geben wir diese Funktion am Taschenrechner ein, lassen hier dann die Wertetabelle ausspucken. Wir erhalten bei minus 3 den Wert 33, das können wir im Heft wahrscheinlich gar nicht einzeichnen. Bei minus 2 erhalten wir den Wert 13, das geht vielleicht wieder. Bei minus 1 erhalten wir den Wert 1, bei 0 minus 3, bei 1 1, bei 2 wieder 13 und so erhalten wir diese blaue Funktion. Am Taschenrechner aber auch bei uns im Heft. Dann als nächstes müssen wir die erste Mediane einzeichnen. Das wäre also die Gerade y ist x, 1 1, 2 2, 5 5, wir können Punkte nehmen wie wir wollen. Also wir starten bei 0, 0, 1 nach rechts, 1 nach oben und zeichnen diese rote Gerade ein. Und dann müssen wir von dieser roten Gerade den Schnittpunkt nehmen, der mit der blauen Kurve mit unserer Funktion gegeben ist. Wir haben hier einen Schnittpunkt und hier einen Schnittpunkt. Diese Punkte bleiben gleich, das sind Fixpunkte. Alle anderen Punkte müssen wir jetzt spiegeln. Also das heißt, wir legen das Geodreieck zum Beispiel hier im Punkt 0, 0 an, genau hier den Ursprung. Wir legen die Mitte des Geodreiecks genau auf diesen roten Strich und dann messen wir ab, wie viele Zentimeter sind es denn bis zu diesem Punkt 1, 1. Also es wären hier 0, wenn ich Zentimeter Einheiten habe, 0,7 Zentimeter bis zu diesem Punkt nach oben. Dann schlage ich dieselbe Länge in die andere Richtung ab. Also ich zeichne jetzt hier eine grüne Hilfslinie ein. Hier macht ihr mit dem Lineal einen rechten Winkel und schlage dann diese Entfernung nach unten wieder ab. So erhalte ich hier den unteren Punkt. Dann kann ich dasselbe machen, zum Beispiel von hier aus. Ich nehme wieder das Lineal und setze es im rechten Winkel an. Rechter Winkel. Und nehme diese Entfernung und trage sie nach unten ab und erhalte hier diesen Punkt wieder. Und so kann ich das mit jedem Punkt machen. Immer im rechten Winkel anlegen und die Entfernung von oben nach unten ab und erhalte hier diese neue Linie. Ich erhalte zwei Bögen, weil ich ja einmal diese Seite abtrage und einmal die andere Seite ab. Das habe ich hier jetzt in zwei verschiedenen Farben gemacht. So erhalte ich grafisch die Lösung. Jetzt probieren wir das Ganze rechnerisch. Machen wir den Stift wieder schwarz. Also rechnerisch heißt es, unsere Funktion heißt y ist 4x² minus 3. Jetzt müssen wir x und y vertauschen. Also x ist 4y² minus 3. Das ist unsere Funktion f. Jetzt ermitteln wir unsere Funktion f Stern, die Umka-Funktion. Bei der Umka-Funktion x und y vertauschen. Und jetzt wieder y freistellen. Das heißt, den 3er geben wir auf die andere Seite. x plus 3 ist 4y². Wir dividieren durch 4. x plus 3 durch 4 ist y². Wir müssen noch die Wurzel ziehen. Aber Achtung, plus und minus Wurzel. Und erhalten somit unser y. Wenn wir das Ganze jetzt schön anschreiben möchten, dann heißt es, y ist plus und minus. Die Wurzel aus 4 können wir ziehen. Also heißt es nur einmal x, die Wurzel aus x plus 3 durch 2. Oder wir können auch schreiben für jene, die keine Brüche mögen, 0,5 plus minus 0,5 mal die Wurzel aus x plus 3. Und genau so habe ich das auch zeichnen lassen. Also, Umka-Funktionen sind eigentlich ganz einfach zu ermitteln. Aufpassen muss man, dass manchmal die Umka-Funktion eigentlich keine Funktion ist. Denn wenn wir hier diese ganze Funktion hernehmen, ist das keine Funktion. Denn per Definition gilt, bei einer Funktion wird jedem x genau ein y zugeordnet. Und das ist hier nicht der Fall. Auf dieser Seite haben wir den x, die kleiner sind als minus 3, gar nichts zugeordnet. Und auf der anderen Seite, allen x, die größer sind als minus 3, werden 2y zugeordnet. Also ist das eigentlich keine Funktion. Wenn wir wirklich eine Funktion wollen, dann müssten wir sagen, die Funktion f wird nur definiert für positive Zahlen. Wir sagen, die Funktion f in g ist r plus mit 0 von mir aus. 0 darf noch dabei sein. Dann können wir diese Funktion spiegeln und wir erhalten eine Funktion f Stern in der Definitionsmenge von minus 3 bis unendlich. Auch hier müssen wir wieder die Definitionsmenge angeben. Achtung, die Definitionsmenge für diese Umkehrfunktion gilt nur von minus 3 bis unendlich. Alle anderen Zahlen dürfen wir nicht nehmen, denn sonst wäre es ja keine Funktion. Okay, soviel zum Thema Umkehrfunktionen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und eure Begeisterung für die Funktionen wecken. Ich würde mich freuen, wenn ich euch auch mit anderen mathematischen Videos weiterhelfen kann. Ciao und auf Wiedersehen. Bis nächstes Mal, eure Mathe-Trainerin. Bis nächstes Mal, eure Mathe-Trainerin. Bis nächstes Mal, eure Mathe-Trainerin.